ja letzte folge haben uns ein bisschen verlaufen sind hier richtung lager unterwegs gewesen die haben uns nun nicht glaube entdeckt aber wir sind jetzt gleich dran denn da zu schauen dass wir die mal platt machen nach dem logo so diesmal machen wir eh und dann nehmen wir den mit weil der daniel das gesagt hatte also wir sollten vielleicht das passende werkzeug rausholen ok alle tot wo ist noch einer der steht hinter dem käfig der eine jetzt nicht in die schussbahn bitte wer war das noch einer da oder ist der andere jetzt kaputt hier ist auf jeden fall der munitionskiste so den wollten wir noch befreien den liftbank so geht es weiter zum sprungpunkt so hier mal hin und mal gucken dass wir hier noch was finden besuche ein naturschutzgebiet und fange eiktür dir terra baue brutkasten mach dich auf zum eisgrat und besiege den boss im turm der liga der palfreunde ok keine ahnung wo die aufgaben jetzt wieder herkommen wir wollen nach da die richtung gehen malpaka ja eigentlich müssen wir die alle einsammeln weil wir brauchen noch punkte ne wunderbar da brauchen wir noch drei von wenn das ein nahe angriff wird dann wird es ärgerlich wahrscheinlich oder bessere kugel geht es vielleicht oder haben wir die schon ich glaube die haben wir noch nicht die broncherie ne einfach einen bonus haben wir auch gekriegt dann müsste man eigentlich mal gerade gucken was die broncherie kann wo ist die broncherie das ist die frage die hatte level 9 ne da ist sie aussaat 3 ok das ist schon mal krass aber zum züchten zu schwach also nicht interessant für mich sagen wir es so aha da hinten sind noch ein paar von den freunden ok da haben wir jetzt einen anderen ausgewählt ich würde mal gerne da erst gucken was da noch so hinter ist nix zu sehen hier ne ah guck mal da und eigentlich hier ein bisschen gucken ob ich da noch so eine statu oder so was finde aber ist wohl nix da ist ein wasserfall ja ja jetzt haben wir es aber ich weiß noch nicht mal ob er so ein volipo überhaupt hatten ach guck mal da sind ja noch mehr geh doch mal aus dem weg ich sehe nichts kann sie mal neben mir gehen oder hinter mir gehen wie soll das denn klappen mal gucken ob er den fangen kann 4 prozent ist ein bisschen weniger na komm weg damit da ist doch ein dungeon würde ich mal so sehen eine kiste davor was ist da drüben drüber nur irgendwelche sachen die sich bewegen goldmünzen brot zweimal und hier ist auch noch mal was pistolen munition einer geht noch oder kriegen man jetzt haben wir sogar eine gelbe kugel genommen wow irgendwie war vorhin falsch gedrückt die richtung dann wir und wir sind level up das schon mal gut und den haben wir auch das erste mal gesammelt karte ok also die richtung ist vielleicht schon tatsächlich am besten dass wir mal gerade erst die ecke da aufdecken die dann noch nicht aufgedeckt ist da ist zum beispiel eine kiste kurz umdrehen falls hier was in der ecken versteckt ist es nicht so und da ist noch so ein viech wenigstens seid ihr von der größe beide gleich groß ne so 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 aber ich würde sagen die Basis machen wir in der nächsten Folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an und kriegt damit wir das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao so 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 so